Doch, aber ich bringe den zum... Warum? Airport! Willst du kein Geld? Nein. Park den hier beim Helikopterparkplatz. Ich brauch mal einen Helikopter, wie wir das sagen. Nee, Digga, du parkst ihn jetzt direkt ein, ich weiß das, dann flieg ich da runter. Hä? Was meinst du? Was meinst du? Ich muss außer Dienst, weil dich. Alter... Du Sau!